Also, ihr zwei, macht die Ohren auf. Als meine neuen Stellvertreter müsst ihr die Regeln lernen. Regel Nummer 1. Ich bin die schlaueste Hyäne weit und breit. Regel Nummer 3. Was ist mit Regel Nummer 2? Was soll damit sein? Wie lautet sie? Sie er... Ha, vergesst die Regeln! Die Hauptsache ist, ich mache die Pläne und ihr Jungs... Eigentlich, Jan-Jah, haben wir schon einen Plan. Was? Hab ich euch nicht gerade gesagt, dass ich der bin, der ihr... Das ist ein sagenhafter Plan. Wie sagenhaft? Also, das hier ist eine Antilopenherde. Nein, ist es nicht, das ist ein Knochen. Psst. Zuerst treiben wir sie alle in diese Richtung. Genau. Und dann rückt die Garde der Löwen an und rett den Antilopen hinterher. Oh, ich verstehe. Und dann kommen wir mit leerem Magen nach Hause, das klingt, das wäre der Plan von mir. Nein, hör zu. Wenn sie weg sind, dann suchen wir uns eine Herde Oryx-Antilopen. Augenblick, das sind Oryx-Antilopen? Und die treiben wir in eine andere Richtung. Dann schnappen wir uns die Oryx-Antilopen hier, während die Garde der Löwen noch mit den Antilopen da beschäftigt ist. Aha. Also, guter Plan, ja. Endlich Hyänen, die Grips haben wie ich. Diese anderen Feldussel wussten ja nie, was sie taten. Genau wie ein paar andere Hyänen, die wir kennen. Richtig. Ich verstehe immer noch nicht, wieso wir einen saftigen Knochen für einen Stein aufgeben.